ja und willkommen mein name ist der wb und ich bin mit barium aus der und wir begrüßen jetzt mal mal was probleme technische und fähigkeitsmäßigen keine ahnung ja ja es ist einmal in einer katze gestorben ja aber wird schon jetzt ja ich glaube das ist jetzt bei kapitel 22 auch schon bereit wir haben die bs von afrika getroffen wir haben uns einen der mutter einen jill sandwich hier gezeigt typ 2 plagers wie bereits aus älteren unterlagen lang ersichtlich wurde der ursprüngliche las plagers parasit in einer abgesiedelten gegend europas entdeckt in spanien um genau zu sein nach seiner reifung in einem wird übernimmt er dessen willen und weinen und bewusstsein wodurch der wird höchst anfällig von manipulation von außen wird das bedeutet dass man gehorsam subjekte schaffen kann allen anweisungen nachkommen ohne sie zu hinterfragen diese möglichkeit ist groß ist kommerzielles potenzial so dass das plager schon bald großes interesse erregte das problem bei der kompetenzierung bestand in der zeitlichen verzögerung zwischen der infizierung und dem zeitpunkt an dem der wird steuerbar wird der zeitraum um der zwischen der verabbrechung von las plagers als ein und dessen reifungen übernahme des zentralen nervensystems lag war zu lang da kommen noch ungefähr drei seiten ja die reifungszyklus von las plagers ist relativ kurz aber die potenziellen kunden wünschen weg die nicht ergebnisse mit blick auf diese wünsche wurden verbesserungen an las plagers vorgenommen das ergebnis waren die typ 2 plagers dass diese unterscheiden sich von ihrem vorgänger dadurch dass sie im ausgereihten zustand verabreicht werden und er wird fast zuvor scheuerbar ist typ 2 wird oral verabreicht also wird in den bund eingeführt also der autor ist zwar diese diese methode ist zwar etwas rau aber sehr effektiv nach der verabreichung zerfleischt der parasit die speiserüge bewegt sich zunächst zum verlängerten rückenmark und dann zum gehirn und schließlich zum rücken mag selbst so dass er das zentrale nervensystem übernehmen kann und er wird gesteuert werden in einer labor umgebung konnten wir die komplette kontrolle eines wirst innerhalb von zehn sekunden nach der verabreichung nachweisen abgesehen hin vor der kürzten infektionszeit weiß typ 2 alle merkmale ist ursprünglich in das plagers auf und ist somit außerordentlich geeinigt für die kommunalisierung nun steht lediglich das sammeln von felddaten aus der jutsche anatomie zone aus es ist so lange ich will nicht länger lesen ich habe so viel jetzt gelesen lesen während die ruhig hier schön alles genutzt da irgendwie so rückblickend bekommen hier als ich mit dem weg ist immer die elder schwartz gespielt hat der kanal er hat einfach mal irgendwie bücher gefunden hat die irgendwie einfach mal so random gelesen so wie ich jetzt gerade die dokumente gelesen habe ja der blätter irgendwie ohne vorwarnung immer gelesen ich denke mir nur so batterie ist sogar gerade er wanderte durch die die lehre bis er seinen schicksal von der blablabla und böser doggo hinter der was ist der mit rudy los dafür habe ich ihn aber nicht entzogen hier liegt doch gewährleistung völlig aber ich meine die store mit den last plagers das ist voll interessant eigentlich das sind diese turmköpfe das sind diese parasiten aus dem vierten teil hat denn ach war noch ein dogo er war gerade davor gelesen hat das war ja da hat diese frau da gemacht hat nehmen hat diese eine typ da gemacht hat der apfel in den mund gesteckt hat ja ja die szene ganz am anfang vom ersten part und da habe ich schon wieder was auch hinter uns hier kannst du steckt hat er mich gerade gerade gerammelt ich bin gleich ich bin nicht so gut mit hunden ok ich auch nicht ich mag auch keine hunde katzen sind viel besser erfahrungen schon auf dem hund gebissen nein aber fast willst du wieder lesen na ich will nicht lesen ich wollte auch die tür auftreten bleiben wir mal zusammen oder war so eine miene ja der rammelt mich wirklich wirklich ist ja ekelhaft scheiß köter man kann zweck zweck zwecke sie sehen sie mir nie an dabei das ist ja noch ein dogo aber ich habe ja gesprungen wir kommen schon wieder noch mehr gleich zurück hinter uns da hinter uns überall 6 weg weg was auch zwei köpfe ja falsche waffe aber hat geklappt so schlimm ist der jetzt so ich komme ich jetzt auch ich habe einen käfer gefunden was auch es ist auch es ist es ist ertrailer auch es ist es ist es ist . es ist es ist incorporiert es ist es ist es ist es ist auch kein emblem oder so und hier bist du auf der anderen seite oder bist du oben ich bin ja oben muss darüber springen muss darüber springen das war ja eine reine struktur ja das wollte ich unbedingt sie warte ich weiß ich das kommt jetzt bester ich glaube ich glaube da waren so dinge irgendwie so so mähen und die muss es von innen irgendwie abschließen oder so ja ich habe da waren drähte gewesen ja aber ist auch egal gehen wir weiter du hast du bist nur froh ich habe das ich habe vielleicht ein bisschen abgewartet ja und zu sehen was du hast es mit absicht gewacht ja okay hier muss einer ja ich glaube dass du vielleicht kannst du vielleicht die pistolen munition entbehren so schnell da gibt es auch ich eine menge schätzt immer das war ich nicht ja ich habe sogar okay ich habe mal oft an die decke ich glaube in der decke sind auch sachen verschätzt oder so die mal abschließen müssen aber ich lege es mal eben hin ja jetzt und dass er schon endlich warte dann krieg ich von dir auch schon da war er weg er war niemals beim bestand so so ja ja ich kriege ich die mache ich fertig schießen wir ins gesicht da noch einer ehrlich ist er tot ich sehe nichts ich habe nämlich nicht mehr so viel ich meine in den decken sind schätzen ja getroffen oh gott oh gott oh gott hey da schon wieder hatte mal kommt zurück zur brücke mit der lampe am besten ist ja auch ein emblem da ist sogar haben wir wahrscheinlich sowieso schon 20 von den verpasst aber da 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 heute ja wir gehen immer erst in die sackgasse schlange ach ja genau das war ja auch so eine sache die pistole mit da oder haben es bei wenn man sich eine menge sachen wie kommen wir dahin ja wie ja irgendwo da ich sehe nicht da nein ich wollte ich nicht immer gern abstellen also ich muss mit steuern kurz nach oben das ich und das weis wir müssen wir eigentlich den da sind da ich sehe nichts da schlange hinterlassen diamant kann das eigentlich mal mitnehmen aber warte moment könnte was machen ich habe ja was zu geben und dingen verschieden alle von denen weiß ich im eventar ist dann ja so heißt es ein bringt fast gar nichts ein braunes ein bringt bisschen war was goldes für deine gesamte gesundheit auf ich kenne mich aus ganz ja einlagern beim nächsten mal weiß ich ob wir die alle im inventar haben muss oder so ich wollte das drehen warte mal ich habe uns mal hoch noch mal da habe ich überhaupt mission für alle das irgendwie nicht wenn ich mir mal eine person nicht darüber muss ja so ein bisschen da gibt es schon da gibt es noch mehr mal ist ja immer alles weiß ich ob sie die lampe brauchst du stellst dir da mal eben hin ich glaube ein bisschen hinter der nein ich will nicht antivirus aktualisieren mein antivirenprogramm ist das von mir auf aufgefloppt also die ursprünglichen klagers geht schneller kaputt wie mache ich das jetzt würde ich auch ja ich glaube die lampe brauchen wir nicht mehr jetzt ja die fälle ja ich war mein aber hinter der hat die ein immerhin mit der schaufel über überbraten müssen aber das war ja reingehen besser ob jetzt am sichersten der weg noch jemand wer hat noch keine prügel bekommen wer will noch mal auch hier drin sind wöscher wäscher 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 ja noch einer ehrlich ich hab gar keine moni mehr doch ich hab wollen die noch dahinter und es war nicht die lampe ab verdammt nein oh danke vielleicht den typ der vor mir ist hier ab damit treffen ich war gestorben dadurch aber noch der blend granate denn wenn man es hinter mir explodiert so jetzt geht es wieder halte ich mal lieber falls du doch das kaut nutzen auch gott was kauft man kann natürlich verkaufen verbessern ist verbessern ich kann die kapazität nicht erhöhen so bescheiße 7000 das ganze noch mal aber ohne sterben ja ok wer reingeht so nämlich von dahinten mit der armbus zu erledigen hat er eine diamet stange auf mich geworfen das ist das erklärt natürlich alles ja auch hinter der mal gleich sehen wir die kugeln aus der raust wie auch seine gewehr rausfallen ich finde es cool ich habe noch den schiffen zu kommen mann gegen mann und wenn wir nicht dafür kommen das steht da steht es ist ganz umfassend beim bad juckt nein ich bei mir und dort ist noch einer ich sterbe hinter uns hinter uns dafür sollten ihr raus ist man da oben den ab wo bist du immer noch mal anfangen immer daraus am besten ja moment auch schon wieder eine granate nein gerade nach stelle ich mal nicht so an stelle ich mal nicht so an moment warte warte lass mich bei denen ich muss nachladen ich habe es gesehen ja noch genau oben daneben cool war jetzt haben wir alle ja hier ist ein g-monition mg-monition wo es im g-monition ich will sie haben ja und ich brauche auch alles an munition und ich bin ja in der mitte ich schaue mich um besucht nach rom und ehre sein oder nicht sein das ist die frage ich dachte er wäre aber ich dachte nicht da und kam nicht was musik ja bei mir sind gegner der damit stecke da oben ich habe keine politik dafür hat er kommt ich werde nicht sagen dass das klappt aber meine fresse war das klappt lade nach gefunden musst du an den wänden mal irgendwas und dann habe ich wieder einen schritt geschossen ja ja es ist immer der dick ja ja er immer in die dick wieso 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 ich wieso wieso ich ich wieso wieso legendäres zähl ich liebe sie ich glaube ich komme raus ich glaube es hat man probleme ja was die ganze magen sind ja lustig ich habe keine gewährung gezogen oh mein gott rauch nein batman ich weiß natürlich wer wer das war aber ich werde es noch nicht sagen und das mal draußen was sie erst noch mal kaut gefunden jetzt stoppern kann auch raus ich habe einen hier rein hast du ihn eingeladen dass wir eine party du glaubst also das ist eine partie allein ball hat jemand auch von sommer war dagegen machen ja wir sagen wir holen unsere snapper auch oder ist einer bei uns kann wählen hier rein auch dann trifft immer mit uns und getroffen aber man kann die entdeckung mein gott ein bisschen besser gewesen natürlich der typ hat noch nicht mal gesehen was er los ist oder ist schon der nächste ich habe jetzt auch keines der position mehr kollega jetzt wenn du das nicht macht ja und da kommt schon der nächste der wieder da einsteigen will super nein da hinten habe ich einen schatz gesehen naja ich glaube da war es nicht ja auch mein gott der bm heim nicht so weit was kam ab und ich auch nicht ich habe keinen platz mehr warte ich nehme das anheil uns bitte mal oh nein ich glaube ich weiß was gleich kommt gleich kommt noch ein boss kam ja aber das verschiedene hat er von daraus eingesammelt ja weil es hier aufgehend hat einsammeln und die hat geben das gewehrmusikion nimmt hatte ich kann es auch mitnehmen jetzt auch das sniper hat mal immerhin wir wollten sie nicht stören naja ob da wollte ich gar nicht ja danke ja danach da oben das hat schon gesehen diamant ab im resident evil 4 ist das markiert auf der karte wenn man die schatzkarte dazu holt ok ich gehe mal da hoch da besteht direkt davor soll an pflege wenn man mit einer arm aus abschließen das geht so nicht was in roundhouse geht selbst gesprekst ist wirklich super ich habe keinen platz gefunden ja ich habe noch einen schuss mit dem gewehr ja hier ist gewehrmusikion ich habe im leben und was in dem leben und warte ja kontrol punkt nein auf der anderen seite lachen und gold da ist dann blinkt auch noch was ich sehe doch da was ob da was gesehen davon ganz hinten kommen welche warte ich kann dir die sprunghilfe geben ich habe eine lunde irgendwo was geht hier ab what the fuck is going on wenn wir da hier haben wir zu gefährlich da oben sehr seien ab aber der hat mit schiefe bekommen feuerwerk also glaube ich eine granate aus der hand geschossen oder so haben wir sind beider fast gleich tot ja 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 da oben da oben noch auf verkehrs dabei das ist auch gesichert platt getreten alter nein ich kann keine maschine ich kann keine maschinen und gewährung zum einsammeln 30 die meck wusste aber noch was wenn man einen schatz der verpasst ja derzeit den gerade einzusammeln und sofort irgendwie wartet kommt zu dir ja ich habe von jetzt kannst du mir die tp zu geben aber dass wir erstmal den erlegen auch der lundhaus und aber die haben die ganze zeit auf uns geworfen ja jetzt nicht aber vielleicht nicht so eine gute idee und sie gerade noch eben gesagt haben wer auch immer er ist jetzt ist er tot bleibt da haben wir es jetzt mal ja jetzt kannst du mir die tp zu geben ok doch nicht ich habe keine pistolen und so mehr ich habe wieder welches da jetzt kann man auch gar die musik hat aufgehört ok so lade nach und kann sauer haben danke die gewährung zu er bloß heißt auch ein gewähr genau ja aber dafür haben wir keine zeit weil jetzt müssen wir erst mal ach moment das wollte ich gar nicht habe ich dir auf meine granaten gegeben ja gut weil ich habe eine granaten wieder rot 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 grün grün dann verbinden wir im grünen grün ist nämlich an ja dann halten wir uns bei den restlichen viel konnte man auch drei grüne kräuter miteinander verbinden und weil sie der nibel 6 hat komplett anders da ist irgendwie so kapseln ja okay du musst hier so tic tac erstellen immer und tic tac aber ohne mcgyver ja ich bin mcgyver ich baue mir eine bombe aus dem toten ja gut an bombe dem geht's gut nach dass er gar nichts denn was das spiel verlassen das darf ich wahr sein nein das darf ich wahr sein warum merken die sich den letzten check pointe nie ich habe keine ahnung jetzt kannst du nämlich auch noch hier die schneider auch aufnehmen ich habe noch nicht gehabt blatt nicht einsteigen ja 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 auch noch welche nämlich dem weit und die gerade heilen aber da kommt einer hoch nein auch so ball an ich werde ich abballern heute muss ja nicht ein schuss nachladen da glaube ich kann ein schiff ist dieses spiel wird echt nicht mehr von capcom sportet irgendwie mal ein resident 5 remake geben sollte stimmt ja stimmt wie wenn ihr jetzt erst den vierten remake nein schon gewählt habe keine moni ich kann nicht mal ich habe kein ding ein platz gründe kaufs kannst du mich auch geben mensch bis eben nachladen so eine granate ja 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 wir wollten doch nur aufs klo kann ich nicht auf das auch nicht aufheben ich habe keinen platz mehr warte jetzt habe ich platz dafür warte war ja nicht ich höre irgendwas zwischen hat jemand irgendwie spriten das leben abgeschossen übrigens man kann auch nur fünf granaten mitnehmen weil wir sehen den niebel mehr im vierten teil mehr da ist bestimmt mehr es kommt dieser ja 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 stört man ja hin und baller ist ab mit mein sniper ist überhaupt schon da unten bis voll schnell so war ein bisschen rücksicht nein da habe ich bloß nicht auch wir haben alle ihre lunden auf mich so langsam weiter dann nein doppelte explosion oh gott ja eigentlich schon gegen das in der luft hier ja ja was ja wenn ich mal hier nicht hier aber ich glaube die die ich heute ist stärker jetzt nach 50 oh ja also sich direkt nachladen ja ich hab ja ich habe ein bisschen zu viel kann es mir wieder zurückgeben hast du mir gegeben ja die gewährung zu ja okay fertig so jetzt machen wir da der wixen über die tasten das ist granaten da wollte ich wieder haben ja gerne bitte uh dix oh um 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 oh das ist mein kräft ob wir wie man das ding macht vergesst immer wieder auf deutsch heißt pickaxe ja genau und sagt man fragt und sagt ich habe nichts erwartet daher war ein bisschen zu kurz da war ich eine lunte irgendwo immer hier und von den schatzkopf ja wenn ich weg hast du gesehen wie der geflogen ist nein er wird aber noch nicht zu rennen mit einer brennenden unter mit einer brennenden unter da ist ein kontrollpunkt deswegen verstehe ich nicht warum wir immer woanders landen ja kannst du ihn überspringen ein großes monster bei mir war die so gut zu ende glaube ich ja da brauchst du was war bist du wahnsinnig naja wir kriegen ja eine menge mieden ich habe mir jeden fall auch ne ja das monster kannst nix ich sag mir mal ja ist ein ist nicht auf die bühne getreten doch jetzt schon immer schön in die weichteile immer schön in die weichteile ich möchte die ganze zeit aber du triffst dir gerade gar nicht hier aber zur nächsten bühne blösen monster sie nicht passiert doch die ist passiert der ist noch nicht drauf betreten aber doch jetzt nächste mina ich darf gleich mal einstellen noch mal darum genau packen wir mal hier ein ja ja fast nein das war daneben ne 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 dumme stücke da drauf da gibt es nicht da ist auch nicht vorbei ja 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 ich komme da nicht dran jetzt gehe ich weg ja es war ein ganz sicher die person die hat erledigt haben nicht die mir ja das war einfach wo 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 ich glaube damit ist das kapitel zu ende ja wir haben es geschafft ich habe wieder kein sagen bekommen ich würde was sagen erstmal gehen wir wieder in unser hauptmenü 13 minuten habe ich schafften natürlich das war es für den sport naja also da sehen wir uns beim nächsten mal wieder ja bis dann und schau schau und schützt aufs g